Eigentlich war das nur mal einfach so ein Versuch. Ich hatte diesen gedüngten Sack Blumenmäherde noch über. Dann habe ich einfach eine überzählige Tomatenpflanze reingesetzt. Tja, haben was draus geworden. Das sieht man, glaube ich, hier. Es haben sich außergewöhnlich viele Tomaten angesiedelt. Dabei war das eigentlich eine Cocktailtomate. So habe ich sie ebenfalls gekauft. Ich habe schon etliche gepflückt. Sie schmecken sehr gut. Also besser wie die gekauften auf alle Fälle. Tja, jetzt habe ich schon für einen Salat die roten abgepflückt. Ich bin ja eben erst auf die Idee gekommen, kannst du dir auch mal filmen. Warum nicht? Einziger Nachteil an der Pflanze ist, du brauchst sehr viel Wasser. Also man muss den Sack wirklich jeden Tag richtig gut gießen. Mindestens 20 Liter. Sonst, man sieht es ja, da sind bitte die Blätter reing. Sehr wohlschmeckend auf alle Fälle. Die Tomaten. Die Tomaten. Ich bin ja schon Live-P puppet. Wir helfen uns, wir 해야 alles. Ja, da habe ich ab equivalen. 扒.